Hallo und herzlich willkommen zur 50. Jubiläumsshow von RSS Rekrum sucht den Star, die am 30.04.2022 um 19 Uhr hier in diesem Raum stattfinden wird. Wir freuen uns auf euren Besuch und hoffentlich seid ihr da. Mein Name ist Elastic Ball und das ist Jackass. Und take your time to trust in me and you will find infinity.